Jungen, das Ab- und Riffen eskaliert! Was? Geht ab! Was geht denn da ab? Peace! Wir fahren jetzt nach Meckes durch den Drive-In? What? Bam! Ich fahr gerade ohne DB-Killer. Natürlich nicht, ne? Ich bedanke mich mal an dieser Stelle, bevor ich es vergesse. Ich bedanke mich an alle Leute, die gekommen sind. Es sind einfach mal so, ich sag mal, bei dem Treffpunkt waren dann am Ende so an die 50 Leute. Alter, was? Da sind so viele hinter uns! Alter! Da sind so viele hinter uns! Junge, der ist auch laut! SC Project hat ja einen Ausbruch dran. Junge, wie viele hinter uns sind! Ich will mal eine Aufnahme haben. Ich hab Angst, dass die mir in der fahren, wenn ich einmal da... Geile Sache! Alter, die war oben, die rechts und links! Was ist das? Wir blockieren die ganze Autobahn! Wir blockieren die ganze Autobahn! Wir blockieren die ganze Autobahn! Wir haben geknallt! Ich fahr mal nach vorne vor! Junge, Junge! Eins, zwei, drei oder vielleicht noch ein paar mehr Motorräder! Okay, wir sind glaub ich auch laut! Junge, das hört ja gar nicht mehr auf! Junge, das ist doch klar! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch ein paar Leute! Untertitelung des ZDF, 2020 Hier schon oder die nächste rein? Hier oder die nächste rein? Hier! Okay! Junge! Und dann brechen wir da hin! Wollen wir mal anpassen? Aha! Da sind ein paar Leute am Start! Alles klar! Ich dachte, wir fahren mit Drive! Drive in, oder? Wir wollen eigentlich Drive in, oder? Wir wollen eigentlich Drive in, oder? Oder? Eigentlich Drive in! Drive in! Wir wollen unseren Drive in strengen! Jeder ein Schießberger oder so! Wir machen hier ein bisschen Stau! Das sieht schon geil aus, ne? Auf der Autobahn! Ja, Mann! Ja, Mann! Wir wollen durch den Drive in fahren, ne? Habe ich gehört! So! So! Wir fahren jetzt mit einer größeren Gruppe in den Mac Drive! Was? Ab in den Mac Drive! Was? Ich glaube, sie können eh nicht bestellen, ne? Weil die nicht kaputt laufen! Was? Wollen wir gut! 1! Ja, 1! 1! 1! 2! Ja! Warum? Ist ein bisschen leise hier? Was? Weil ich zu leise ist? Nein, weil ich nicht erzähle! Das war jetzt! Ich bin in den Kopf! Wir hätten alle brav in eine Reihe gemusst! Das kann nicht sein, ey! Schlecht! Dicke Scheine, oder was? Ne, fahrt er eigentlich! Youtube-Money läuft, ne? Doch! Youtube-Money so! Es gibt so eine Fan-Fahrze! Nein, das war ich! Guten Tag! Schönen Tag! Ja! Ich bin gerade alles auf dem Frieden! Meinen habe ich ausgemacht, weil... Ich glaube, sie wollen! Wenn ihr den Euro leihen? Wir haben ja das alles im Rucksack drin! Ich habe zwei Euro! Aber ich brauche einen 20-Finchy! Oder... Ne, ich wollte einen Hamburger! Kostet nur einen Euro! Rutsch dir da auch einen! Perfekt! Aber... Aber... Das ist ja irgendwie dumm! Weil... Du kannst... Ne, dann fahr ich nach vorne! Stimmt! Bede! Warte! Weil ich habe kein Bargeld mehr genommen! Wie? Hast du nicht gewusst, dass wir nach McDrive fahren? Oder was? Das ist doch Standard hier! Jedes zweite Video! Meckel! Meckels! Ist halt echt so! Ich habe ja gesagt! Wir sind zu Hause! Danke! Oder brauchst du einen 20? Oh! Jetzt habe ich Videobeweis! TopsiMoto nimmt Almosen von Abonnenten an! Nein, nein! Ich schuld ihm noch einen Euro! Ja, ja, ja! Komm fürs Video! Perfekt! 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 Für 1 Euro! Ja, ja auch! 2 Euro! Da habe ich mir jetzt noch dazu! Ach, fass. Ist deine Kamera an? Ja! Meine auch! Hi! Dieser Smalltalk! Ich weiß gar nicht, oder? Bitte? Mark! Marco! ja das ist gut so ja, anders geht gar nicht ne stopi ok du kommst weiter fahren ja klar fahr mal vor das Auto hier gehts nicht weiter, Entschuldigung im McDrive Filter im McDrive Filter ich fahr jetzt direkt vorne an die Brennanlage ok die haben keinen Bock mehr die schicken uns gleich weiter Fabsimodo wird ungeduldig warte runter dann sind wir hier falsch eigentlich müssten wir uns verfehlen das war schlecht fuck das war schlecht du hast da was angezettelt ja besser den Motor ausfallen zu lassen ja hallo kommen sie bitte einmal zum ersten Fenster vor bitte oh nein ja da kommen sie bitte einmal zum ersten Fenster vor bitte locker werden wir rausgeworfen jetzt bin ich gespannt die schickt ihn bestimmt weg Leute er gibt dir Geld er bekommt was er will schieben ja wieso fahren die alle vor ja wieso fahren die alle vor ja wieso fahren die alle vor hallo hallo eine mittlere Sprite ja und ein kleines Wasser ist das der schon? 93 bitte kann ich gehen dann noch mehr von ihnen äh zwei noch weil die müssen hier bestellen ok die können die nicht überall fast annehmen ja ja kürz ah ha ha auferunfall auferunfall clickbait ha ha will jemanden send gib ja hop du bleibst hier dann ja Du Scheiße! Mach mal wieder den DB-Filler rein, das nervt voll. Ich kann das gut hören. Warte, steig mal ab! Warte, steig mal ab!